Aktiviere meinen Knöchel-Cluster! Hier kommt ein großer alte Knöchel-Cluster! Achtung! Erster Treffer! Erster Treffer! Wenn du die Hitze nicht erträgst, halt dich vom Feuer fern! Puh! So gefällt mir das schon besser, ja! Ich habe eine Himmelsbestia erlegt! Ah, bis jetzt muss ich nachladen! Ich habe zwei goldene Kisten runtergeschossen! Ich habe gerade eine Lila, ne? 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 Ich habe gerade einen Kisten. Ich habe gerade eine Lila, ne? Ich habe gerade einen Kisten gesehen! Schaut auf eurer Karte! Hier ist ein Long-Boat! Noch eine Minute. Der Ring ist in der Nähe. Hier ist er noch. Wir scharfschützen. Ring schließt sich in 45. Er ist in der Nähe. Sie können gehen oder sie kämpfen. Egal, ich bin dabei. Wir haben einen neuen Kill-Spitzenreiter. Ich würde ihn gerne begrüßen. Da geht er, da hilft der Champion. Ich kasse dich kaum. Ring ist in der Nähe. Ich habe drei Sekunden. Legen wir den Zahn zu, Leute. Aber so weit müssen wir ja nicht. Zwischen uns ist groß. Konzentriert uns auf eure Karten. Irgendwie die Viecher dann auf einmal wackeln. Hm. Ja, die haben es nicht so gerne, wenn auf sie geschossen war. Da ist noch eine Kiste runtergekommen. Wo ungefähr? Da, irgendwo. Okay. Eine Lilane war das. Mhm. Kann es sein, dass die ist, sie gerade vor mir liegt. Okay, das ist er. Wir waren auch leichte Munitionen drin. Zuber hat die Brawler gefunden. Hm, hol er die mich. Ja. Du weißt, wo sie sind. Du weißt, dann auch da her. Hier ist ein Rucksack. Stufe 2. Ja, halt auch mal ein bisschen Spaß haben. Hier ist ein Knockdown-Schild. Stufe 3. Ich habe ein goldenes. Ich habe ein triple-Tick. Aber die wollen nicht mit mir spielen. Das kann nicht sein. Komm nicht raus. Kann ich mir nicht vorstellen. Du musst bis hin und gucken. Du hast ja drei Nässe und die kommen nicht mehr raus. Ja, ich kann auch schlagen. Wenn ich klopke, macht es sogar noch mehr Spaß. Oh. Ich gönne meinen Schilden eine Aufladung. Da liegt die Beutekiste. Nichts drin. Ja, wir haben noch ein bisschen Scharfschütze-Munni gefunden. Das ist doch was. Dafür habe ich die Trügel-Tack mitgenommen. Hier ist auf. Hm. Wir waren Team runtergegangen. Ja, sie sind gerade weg. Und nochmal. Ach gut, dann kann ich hier nochmal schnell scannen gleich. Oh, hier umliegt Scharfschütze-Munni. Ich bin nicht genügt. Könnte der Ring jetzt bitte genau hier bleiben? Hm. 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 Wieso? Naja, weil man von hier oben so schön schießen kann. 4x8 hast du aber. Ja. Ah, die sind da hinten. Ich wollte sagen, so weit wechseln die doch noch nicht. Darf ich? Jo. Mach. Ah, gepulsertes Ding. Haben die sich hinter dem Auto versteckt, die Pisser. Uh, der liegt. Oh, jetzt muss ich nachladen. Könnt ihr mal einer töten, bitte? Oh, danke. Die sind da hinter dem Auto. Oh, der liegt auch. Jetzt muss ich schon wieder nachladen. Lade nach. Oh. Oh, der liegt auch. Jetzt muss ich schon wieder nachladen. wieso sehe ich die immer erst im letzten moment der links genau der hat 63 von mir gerade kassiert er hatte kein schild mehr er ist jetzt so dass ich ihn nicht mehr sehen kann es muss noch hier sein ja es waren nur zwei ich gesehen habe jetzt ist er zwar tot aber es muss noch keiner sein oh ja wo denn wer ist da ich seh da steht noch einer vertraut dem eis hat er ist low er steckt sich dahinter mhm vorne es kann noch nicht angehen ich habe kaum getroffen als pathfinder ja du pisser dankeschön bitteschön wir sind schon im ring leute die nächste runde geht auf mich mhm ich habe glaube ich Richtung Norden was gesehen ja ist ein phoenix kit mhm ich bin mir nicht sicher ja da ist einer nämlich gerade von oben da unten noch gerutscht da kommt ein körper geht oder der himmel freut sich einfach nur mich zu sehen da kommt ein körper geht oder der himmel freut sich einfach nur mich zu sehen vier sechs acht zehn helft stück nett hat er gerne von dir noch sniper money warum habe ich jetzt nicht alles gut der hat nichts mehr drin der auch nicht wir sind schon im ring leute die nächste runde Richtung Westen wird noch geschossen mhm es sind ja auch sechs quads 18 leute hast du den passfinder erwischt ja er war hier hinten äh überraschung da oben drin davor jetzt gerade jetzt kommt mein knöchel cluster einmal getroffen ist wir jetzt wieder oben drin den einen habe ich für 60 getroffen 118 steppes rechts ja wir haben den replikator läuft grad weg ist wieder hoch ja dieses grüne das nervvoll der eine hat ein goldenes schild friss den knöchel klasse einmal getroffen für 10 jetzt standen sie gerade beide drin jetzt sind die einen noch von oben muss mir erst mal schilden ja wenn von zwei seiten angegriffen werden ist scheiße hier oben kriegen jetzt erstmal spaß hier oben schießen erst noch nicht mehr den zweiten meter oben eingekriegt das ist mit denen da unten weiß ich nicht die sind da oben angekommen so ist das gerade hörte das ist gekriegt Ich hab ein kill und ein assist. Achso. Da hat der Evo hier oben. Ich bin schon dafür. Und Schildzellen. Schildbatterien auch. Und Energiemony. Wir haben noch eine Minute. Und wir haben noch eine Minute. Äh. Einer ist runtergesprungen. Darauf da oben. Jetzt muss ich ihn nachladen. Ok der oben hat Schildbreak. Jetzt muss ich mich schon wieder schilden. Wir müssen gleich hier weg. Die haben Besuch da oben. Sollen wir jetzt schon mal hier weg? Wow. Direkt vor uns. Auch mit Schiller. Ich hab den Klauen erwischt. Schatten, geschützigen Hausleute. Vorsicht, neuer Kindspitzenreifer. Lade meine Schilde. Lade meine Schilde auf. Sie ist halt nichts von hier unten. Das ist so das Problem. Du hast doch gerade nichts mehr. Kleine Dusche Schatz. Ja. Du musst mich waschen. Ich hab schon auf die Deckung gehört geschossen. Eine Deckung. Down. Sie schießen auf mich. Sie schießen auf mich. Lade meine Schilde. Ich leib kurz nach. Einer vertrennt gerade von denen. Ich leib kurz nach. Ich leib kurz nach. Ja. Aber dafür habe ich hier. Oh nein. Die haben Revenance Fähigkeit aktiv. Deswegen kam mir so vor, als hätten die nichts mehr. Die Fähigkeit. Aber das war ne gute Runde. Ich vergesse immer Y. Ja, das ist mit ihm Zielen aber auch schwierig.